Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir das Vibrato erklären. Und das ist ein Wunsch aus meiner Facebook-Gruppe, Jessicas Kleinetten-Oase. Und wenn du gerne dabei sein möchtest in dieser Gruppe, schau in die Infobox, dort findest du mehr Informationen dazu. So, lass uns direkt loslegen. Was ist eigentlich Vibrato? Vibrato ist eine Spieltechnik, mit der man die Tonhöhe verändert auf einem längeren Ton. Und somit dem Ton einen gewissen Ausdruck oder auch ein Gefühl verleiht. Und das wird häufig im Jazz genutzt oder in Klezmer oder anderen folkloristischen Musikrichtungen. In der Klassik, also jetzt bei Klarinette zumindest, verwendet man es nicht so viel. Außer jetzt bei französischer Musik. Und es gibt ein paar Kleinartisten, die das ein bisschen machen, aber es ist eher nicht so häufig anzutreffen. So, Vibrato ist ja ein Tonhöhenunterschied. Das heißt, wir verändern den Ton, wir machen ihn tiefer und wir machen ihn höher. Und das in einer gewissen Geschwindigkeit. Wir können es langsam machen, wir können es schnell machen. Und wir können von langsam nach schnell oder von schnell nach langsam. Aber je nachdem, da sind unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und da lohnt es sich dann auch mal auszuprobieren, in welche Richtung du gehen möchtest. Und was genau dann diesen Ausdruck haben wird, den du haben möchtest. So, ich mache es einmal vor. Du hörst das, so eine Schwingung. Und das kann dich natürlich beeinflussen. Ich kann es langsamer machen. Also ich kann langsam schwingen. Und ich kann schnell schwingen. Und ich kann von schnell nach langsam. Und auch umgekehrt. Ja, je nachdem, was du möchtest. So, wie funktioniert das jetzt aber? Ich mache das Vibrato mit dem Ansatz. Und zwar ganz genau mit dem Kiefer, indem ich ihn leicht nach unten nehme und wieder nach oben nehme. Das heißt, ich öffne das Mundstück, dass noch mehr Luft durchkommen kann. Und ich mache es wieder dünner. Also ich schließe es, sodass dann weniger Luft durchkommt. Und durch dieses Randrücken des Blattes und durch das Öffnen des Blattes wird der Ton entweder höher. Oder tiefer. So, wichtig ist dabei zu beachten, dass die Luft immer gut fließt. Also die Luft nicht stoppen lassen oder so. Sonst funktioniert das mit dem Vibrato nicht so gut. Also üben wir erstmal, den Ton tiefer werden zu lassen, indem wir den Kiefer nach unten nehmen. Und damit das Mundstück ein bisschen mehr öffnen. Wichtig ist darauf zu achten, dass du dann wirklich von hier ausgleichst und von der Seite dann noch mehr schließt. Also mehr ü denkst beim Spielen, damit die seitliche Muskulatur dann trotzdem gut abschließt. Und das dann ausgleicht, dass wir jetzt den Kiefer so weit wegnehmen. Und dann können wir einfach mal ausprobieren, was passiert. Du hörst jetzt auch, dass das eine Klangfarbenveränderung ergibt. Daran kannst du dann auch hören, ob er etwas höher oder tiefer wird. Und das Gleiche kannst du jetzt natürlich auch in die andere Richtung machen. Nämlich, dass du deinen Kiefer leicht an das Blatt drückst, sodass der Ton ein bisschen höher wird. Und dann kannst du abwechseln. So, das ist die erste Übung. Erstmal ein bisschen ein Gefühl für den Kiefer zu bekommen. Und welche Möglichkeiten du hast, wie groß die Range eigentlich auch ist. Also du merkst, nach unten kann ich zum Beispiel viel mehr öffnen. Nach oben hin ist die Amplitude quasi kleiner. Und das ist auch bewusst, weil ich möchte ja nicht das Blatt zumachen, sodass dann gar keine Luft mehr durchkommt. Das kannst du auch mal ausprobieren, um einfach mal die Extreme zu testen. Ab wann geht das Blatt zu, sodass nichts mehr durchkommt. Und da kommt schon nichts mehr durch. Und ich merke auch, das tut dann ein bisschen weh. Das wäre das, was ich als erstes üben würde. Und dann natürlich der nächste Schritt ist zu üben, dass du die Geschwindigkeit beeinflussen kannst. Dass du dann entscheiden kannst, wie du einen langen Ton in deinem Musikstück gestalten kannst. Und da würde ich dann erstmal langsam üben. Und schnell. Und dann einfach mal verschiedene Arten ausprobieren. Genau. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Mach nicht zu viel mit dem Kiefer. Es braucht gar nicht so viel. Also du musst nicht ganz öffnen und ganz dran drücken. Sondern es reicht schon so eine leichte Schwingung. Und schon hast du so ein schönes, feines Vibrato. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn du meine Art magst, wie ich erkläre, dann kannst du einfach mal unten in der Infobox schauen. Dort findest du die Möglichkeiten, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Üben.